Du in drei Worte. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt, ehemaliger Bundesrat und ehemaliger Moderator. Also einfach ein ehemaliger. Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr etwas gelernt oder wem bist du gefolgt? Eigentlich nicht, aber das zeigt vielleicht, dass ich ein bisschen einbildet bin. Ich bin eigentlich niemandem gefolgt, aber ich sage nicht, es wäre vielleicht gescheiter gewesen. Podcast oder Buchempfehlung? Ja, das wechselt natürlich ständig. Also jetzt lese ich dann gerade von Alex Gabbys sein neues Buch. Ich freue mich sehr darauf. Also die Bücher, die mir geblieben sind, sind eigentlich Bücher, die über andere Bücher... Es gibt zum Beispiel von Peter Vonmatt die Intrigen in der Literatur. Wenn man das liest, dann braucht man ganz lange Zitate, seitenweise. Und dann lehrt man alle die anderen Bücher auch kennen und hat einen Überblick. Man kann auch hinten anfangen zu lesen, nach vorne und umgekehrt. Das andere solches Buch ist vom Harrison Gärten. Da lernt man alle Philosophien kennen. Sehr, sehr unterhaltsam. Und man muss nicht von A bis Z, sondern man kann irgendeiner... Aber vielleicht habt ihr das gar nicht wollen. Ich weiss es nicht. Dein Morgenritual? Ja, eigentlich nicht. Also meistens denke ich, hätte ich gestern nur nicht so viel Wein getrunken. Das sage ich fast jeden Morgen. Dein Abendritual? Das ist dann noch ein bisschen wie... Welche Musik zum Aufstehen oder Einschlafen? Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist... Welchen Rat würdest du mit der Erfahrung, die du heute hast, dein 20-jähriges Ich geben? Ja, das ist eben nicht ein 20-jähriges Ich. Das ist eben jemand anderes. Und dem würde ich nur die Ratschläge geben, wie er mich konkret fragt. Aber so allgemeine Ratschläge wie Folge in einem Gewissen oder so, das sind für mich Kalendersprüche. Das ist nicht so viel. Man muss konkret da sein für einen Jugendlichen, der einem so etwas fragt. Und wenn es um mich, um ich geht, ich bin ja jetzt eben nicht 20. Der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Ja, schlecht. Ich weiss jetzt immer vieles. Das mag ich jetzt gar nicht sagen. Das waren immer einzelne Sachen. Ich habe eigentlich alle meine Entscheidungen, habe ich immer viele Leute einbezogen und gefragt, was meinst du, was meinst du. Und zum Teil, allein indem man das jemandem erklärt, was das Problem ist, kommt man selber schon auf die Lösung. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man für sich allein im stillen Kämmerchen, ohne mit jemandem reden zu können, muss wichtige Entscheidungen treffen. Wann hast du herausgefunden, was du willst? Kommt ein bisschen darauf an. Beispielsweise, wenn wir jetzt vom Bundesrat reden, das habe ich vielleicht etwa fünf, sechs Jahre vorher herausgefunden, als ich während einer parlamentarischen Arbeit fand, ich kann doch nicht immer nur die anderen anschwärzen. Ich muss einmal selber Verantwortung machen. Das hätte es mir auch Lust gemacht, für den Bundesrat zu kandidieren. Dort, oder? Aber das ist, es gibt viel, das ist jetzt aber auch das, das ist nicht mein Leben, oder? Ich bin ja dann auch zurückgetreten. Auch jetzt, nach dem Rücktritt, habe ich zum Teil Entscheidungen getroffen, gesagt, ja, nein, jetzt ist fertig. Angst vor dem Scheitern? Ja, vielleicht nicht Angst, aber ich meine, vor jedem Auftritt hätte man vielleicht Befürchtung, das könnte schief gehen, und hoffentlich passiert das und jenes nichts, und das steigert aber auch den Adrenalinspiegel. Es ist aber vielleicht nicht eine Angst, die einen beklemmt, und dann getraut man sich gar nichts mehr zu machen. Also die Befürchtung, das Lampenfieber, das begleitet einen in diesem Beruf. Was weiss fast niemand über dich? Ja, das sage ich jetzt hier einfach. Nein, das kommt mir nichts ins Sinn. Wer ist in deinen Augen erfolgreich? Ja, eigentlich, wenn man das erreicht, was man selber gerne möchte. Und das ist nicht immer nur vielleicht Geld oder eine hohe Stellung im Beruf, sondern das kann vielleicht etwas ganz anderes sein. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gerne zwei Tage in der Woche für meinen Sohn da sein. Oder irgend so etwas. Und dann zieht man das durch. Oder ich möchte jetzt Fleisch essen. Aber allein die Tatsache, dass man dann das machen kann, dann ist man für sich selber erfolgreich gewesen. Das kann so etwas ganz Persönliches auch sein. Und das ist dann auch ein Erfolg. Es ist nicht immer nur Karriere. Was ist dein Antrieb Tag für Tag? Das ist eben schwer zu sagen. Ich glaube, der Antrieb, das ist etwas, das im Mensch ist und du weisst nicht, es gibt ein berühmtes Gedicht, ich weiss nicht, wo ich hingehe, warum, warum, ich wundere mich, warum ich so fröhlich bin. Was ist eigentlich der menschliche Antrieb? Ich kann es nicht definieren. Aber Gott sei Dank ist er da. Ein Zitat, nachdem du lebst oder wo du oft dran denkst? Nein, ich habe nicht so Zitate und Kalendersprüche. Ich glaube nicht so ganz dran. Dein Besten Kauf für unter 100 Franken? Ja, also ein Kinobilett. Das ist weit unter 100 Franken. Es kann sich scheinen gelohnen. Was ist für dich Glück? Ja, vielleicht finden sie mich einmal, weil, weil, ein Glück wäre, wenn man dann überhaupt keine andere Wünsche mehr hat. Aber die kommen meistens sehr bald wieder. Was ist für dich Flow? Ja, also eben, wenn man jetzt zum Beispiel in der Sendung Flowcast kann umeinanderfliessen, dann ist das... Wenn du mal einen schlechten Tag hast, was machst du, um zurück in Flow zu kommen? Schaffen. Schaffen. Durch die Arbeit, ich habe oft schwierige Situationen gehabt und dann habe ich gedacht, es bleibt nur eins, schaffen, 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 und dann kannst du es vergessen, musst nicht dauern, daran denken. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Ja, vielleicht, dass ich damals Anwalt wurde, weil eigentlich bin ich seit meines Lebens ein Anwalt geblieben. Es ist so ein bisschen wie eine Übersetzung von einer Sprache in die andere. Ich habe Leute vertreten vor Gerichte, die durch die Richter auch nicht verstanden wurden. und ich habe das übersetzen können. Und eigentlich war die politische Arbeit etwas ganz Ähnliches. Bist du gut im Nein sagen und wenn ja, gibt es einen Tipp, wie man das am besten lernen kann? Leider nicht so, nein. Von was hast du am meisten Angst? Eben, Angst ist ja eigentlich eine Beklemmung, oder das ist, man sollte sich lösen von Angst und dass ich jetzt gerade vor etwas Bestimmtes Angst habe. Dein Wort zum Sonntag? Ja, ich weiss nicht. Also der Bundesrat darf ja nicht einmal mehr am Fernsehen seine Meinung vor Abstimmungen sagen und das heisst, dass das Wort vom Sonntag ist, darf man auch nicht mehr. Man darf nicht einfach jemand im Fernsehen im Namen vom lieben Gott reden. Man müsste immer noch ein bisschen ein Tiefel mitreden. Also von daher kann ich selber gar nicht. Was schreibst du bei offiziellen Formularen bei der Spalte Beruf? Moderator schreibe ich, weil da kann sich jeder etwas anderes darunter vorstellen und sie ist trotzdem antwort.